I serve with pleasure your highness we've improved the guard house so ranger kilde ist ja sehr toll dass du gleich angegriffen wirst ich würde mich auch wirklich freuen wenn ihr mal das ding tot kriegt bevor es das kathos dankeschön ernsthaft kaum ist der marktplatz da wird er schon total angegriffen your majesty a new building is complete majesty a local blacksmith offers new services your highness we've improved the guard house ich start noch mal neu jetzt ist die vorwärtsgilde ganz weit weg auch gut gleich mal ein paar magie anheuern auf die priesterin verzichte ich jetzt erst mal so forschungen ein garthaus your majesty a new building is going to main shop your majesty a new market day right majesty the local blacksmith offers new services genau ging natürlich gleich pennen your market place now serves you better schön ich bin ja ihr könnt ihr nicht sagen ich kann mich gleich mal . ich kann mich jetzt mal ich kann mich genau alles wie ich das ich kann mich nicht ich kann mich nicht ich kann mich nicht ich kann mich nicht Magdach graustraun. Sehr gut. Das ist so ernsthaft von dem Team umgebracht. Leute, Troll. Ja, aber die Wache kommt grad mit dem Troll ziemlich gut klar. Machen wir das Dark Castle weg, dass wir von der Seite Ruhe haben. Ah, der Troll hat meinen Magier ausschlagen. Genau, geh nach Hause. Ja, hier oben ist wieder alles in Ordnung, zum Glück. Fürs Erste. Die töten ihn. Ja. Da ist wieder der kommenden Priester. So, da durchleveln wenigstens meine Schwertkämpfer auf und laufen nicht mehr ständig weg. Okay. So, Dark Castle ist weg. Das heißt, wir haben aus der Richtung schon mal Ruhe. Ah, den haben sie jetzt totgegiftet. Okay, aber es läuft ein bisschen besser. Okay, aber es läuft ein bisschen besser. Die Diebe sind grad nur etwas nervig. Die Diebe sind grad nur etwas nervig. Ich bin raus. Meine Ambition hat aufgelöst. Ich bin raus. Genau, bringt den Text-Collector um, bevor er... für Probleme sorgt. So, Veteranen, da muss der Marktplatz dringend verbessert werden. Wenn der Träume meinen Marktplatz jetzt kaputt schlägt, brech ich ab. Weil gerade die Diebesgilde, die da gar nicht angelatscht kommen, nervt mich sowas von total. Und die ganzen Trolle, vor allem die Trolle. Also irgendwo ist dann Schluss mit lustig. Die wollte ich nicht bauen. Ich seh den Troll nicht hinter dem Guardtower. Wehrwolf. Wache ist tot. Ja, die Diebesgilden da hinten. Da kaufen sich welche Potions. Das ist okay. Zu nah, zu nah. Okay, da bauen wir noch einen Trading Post hin. Und dann werde ich mal, auch wenn ich selten mache, mal speichern einfach. einfach, weil ich es jetzt gerade so weit hingekriegt habe, dass es einigermaßen gut läuft. Deine Majestät. Deine Majestät, eine neue Gebäude ist complete. Halt! Meine Prozesse sind unmatcht. So, der ist fertig, also Heilpotions da erforschen. Und ich glaube, ich werde wirklich die Diebesgilden mal als Ziel angeben, um die einfach loszuwerden und Ruhe zu haben. Weil jetzt erholen wir uns langsam wirklich wieder. Ich will jetzt erstmal Geld zusammensparen, um den Palast 1 abzugraden, dass einfach der Palast sicherer ist. Und dann sehen wir weiter. Das wiederum ist jetzt auch wieder blöd, dass der den Trading Post angreift. Ja, das war mein Trading Post. Okay. Gut. Ich speichere hier erstmal. Ja. Und mach einen Cut. Also. Bis dann.